Eine gut gepflegte Zweizimmer-Hochpartei-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich im Rhein-Sieg-Kreis. Das Objekt wurde 1965 erbaut und wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über ein Schlafzimmer und ein Badezimmer. Bei einer Wohnfläche von ca. 76 Quadratmetern beläuft sich die Kaltmiete dieser Hochpartei-Wohnung auf 485 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns.